Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video mit Alpha! Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo da. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und das Video euch natürlich gefällt. Und Leute, heute spielen wir wieder mal Lucky Block Bad Wars. So wie gestern, weil ich hab mega, mega Bock gerade drauf. Also ohne Spaß, wirklich. Was geht ab? Ja, Mann, auf jeden Fall macht mir jetzt wieder mega viel Spaß. Und wir machen doch heute die Challenge! Ja, ja, stimmt, die Challenge, weil ich jetzt fast vergesse. Und zwar machen wir heute eine Herzen-Challenge. Das heißt, Leute, wir müssen versuchen, unendlich Herzen in Minecraft Lucky Block Bad Wars zu bekommen. Und, Junge, mit welchem... Das wird richtig nice! Übelst, Mann, aber mit welchem Lucky Block machen wir das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Dioros! Mit Dioros geht es am besten, ne? Also ich weiß, es ist echt nicht mehr. Ich hoffe jetzt an Complete Dioros. Warte, wo war der Dioros? Hier, mit 25 Stück, gar nicht mehr. Welche 25 Dioros? Dioros, die hast du geholt? Ja, Mann, Alter, was hast du denn geholt? Hey, was? Noch andere. Was? Welche? Äh, geheim. Hä, sag doch bitte, bitte. Ich weiß es nicht mehr, Alfa. Sag doch. Äh, äh, äh. Äh, Junge, ich bekomme einfach... Warte, lass mal fliegen. Da gönne ich mir mal kurz die Mitte. Wie, du kannst fliegen? Ja, ich kann jetzt schon fliegen, Mann. Alter, wie nice. Ey, ich hab extra Future geholt, damit ich zur Mitte kann. Echt jetzt? Ja, ich gönne mir noch die halbe Mitte. Ich gönne mir noch die halbe Mitte, okay? Du bekommst den anderen Rest. So, ich mach die weiter Dioros auf. Die andere Hälfte kannst du haben von der Mitte. Lol. Ja, danke, Eremann. Oh, das war knapp. Die Falle hat fast zugeschnappt, Alter. Endlich, ich kann fliegen. Echt jetzt? Als auch. Komm, Alter. Nein, ey, ich hab die extra... Junge, geh weg. Ich hab dir extra die Mitte gelassen. Guck mal, wie sozial ich bin. Alter. Ja, oh, also gar die Hälfte. Lol, ich kann mega viele Herzen bekommen durch die Melone. Okay, das war schon mal mega nice, aber das sind nicht so viele Herzen, wie ich will. Ich brauch noch mehr Herzen, damit ich die Challenge überhaupt gewinnen kann. Was bringt das hier? Ich krieg mir keine Chance. Safe hab ich eine Chance. Oh, lol, wie viele Herzen sind das? Ey, ich kann das gar nicht sehen, Leute. Ihr habt ja gesagt durch den Video, ich konnte einfach nicht zählen und ihr hattet einfach recht. Ich war einfach so froh, um mit dem Video zu zählen. Was geht? Ja, typisch Ente. Hä, was? Hä, du kannst auch nicht zählen. Safe nicht. Ey, Junge, mein ganzer Bildschirm ist voll. Was? Ja, und? In Minecraft. In Minecraft hast du Abitur. Nice, Alter. Ich echt nehm dich. Flatcake, der war doch auch mega gut, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Doch, der ist richtig krass. Ja, mit dem hatte man auch mega viele Herzen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon essen soll, oder ob das dann noch mehr Upspace. Ey, wir haben das spingen können. Warte, ich versuche mal zu essen. Und ich hab, hab ich noch mehr Herzen bekommen. Ey, das ist so krass. Also die gelben Herzen bekommen wir da dazu, aber die roten sind ja die richtigen Herzen. Wir haben so viele. Ey, geh weg. Lol, ich hab God Mode. Ich hab God Mode. Junge. Nein. Und ich bin runtergefallen, weil meine Rüstung weg ist. Warte mal. Äh, nächste Runde. Los. Das lag da. Ja, Mann. Ey, warum hatte ich gerade einfach Gottmobacken? Ich versuche jetzt andere lag ich. Du warst mein Schwert. Was? Du hast schon... Ey, was? Junge, wie groß ist dieses Schwert? Einfach als ob. Junge, warte. Zeig nochmal. Zeig nochmal her. Ey, Alter. Was geht? Ende. Was geht? Ja, Junge, das ist halt echt groß. Und was will ich damit entschlagen werden? Nein, 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 nein. Bitte, bitte. Ende. Nein, nein, nein. Nein, bitte, bitte. Lol, du hast mich einfach gewonhitted, Junge. Wie stark ist dieses Schwert, bitteschön? Es hat nur 100 Inzert-Gamage. Eigentlich voll wenig. Ja, das hat trotzdem gereicht. Ich hatte keine Rüstung an. Ey, welche Lacki wir auch gar nicht kaufen. Ja, welche Lacki wir auch gar nicht kaufen. Ja, es stimmt eigentlich, ne? Aber welche Lacki... Ich hab nur Dioros. Dioros. Oh, ne, Dioros. Ja, dann mach ich jetzt auch wieder Oh, ne, Dioros. Ich pay komplett rein in Dioros. Ich bitte dafür, dass ich einfach bitte jetzt noch mehr Herzen als vorher bekomme. Und kein Gottmoback, das wäre nice. So. Das wäre nicht so nice für mich. Ey, ich hab dasselbe Schmerz wie du bekommen. Diesmal mach ich dich kaputt, Mann. So. Okay, komm. Komm du doch her. Warte. Ja, nicht. Nein, 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 nein. Ey, dein Ernst? Das war nicht voll wörtlich gemeint. So hab ich das nicht gemeint, Alter. Du hast Stress gemacht. Hey, du hast Stress gemacht. Leute, die hat dir Stress gemacht, schreib's in die Kommentare. Hey, du hast doch Stress gemacht. Nein, du. Du wolltest kämpfen. Ey. Keine Ahnung. Save nicht? Leute, ich bin einfach durch die Ambosser draufgegangen. Als ob die so stark waren. Natürlich, die Ultraste. Ey. Ja, übel. Sehr nice. Ich hab den Fisch wieder. So. Wie viel Herz hast du heute? Ich hab den Fisch auch. Richtig viele. Ey, ich dir jetzt warte. Ich nimm den Fisch mal. Den gönne ich mir kurz. Aber mehr als ich hab ich nicht bekommen. Ey, hast du die Mitte abgestaubt, oder was? Nein. Ey, ich fall runter. Hä? Was? Hehehe. Hey, ich kann nicht sterben, oder? Doch. Natürlich kann ich sterben. Aber es ist Skip Inventory an, zum Glück. Junge, das hab ich grad gesaved. Ich komm mal wieder so ein Fisch. Warte, ich kann richtig hoch springen. Ich spring mal zu dir rüber. Oder ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Bitte. Oh. Ich hab's jetzt echt nicht geschafft gerade. Ich hab grad echt gedacht, dass ich draufgehe. Ach, sagst du, du kannst fliegen. Ja, ich hab gedacht, ich kann fliegen. Aber ich könnte nur springen, Mann. Ich hab das total verfallen gerade. Ey, wie doof war das von mir? Ich muss jetzt überlegen, was kann ich machen, damit ich dich unbedingt besiegen kann? Der Dior is home. Nix tun. Hey, komm doch her. Komm doch her. Hä? Was willst du machen? Stress? Okay. Komm rüber. Warte. Lol, du kannst fliegen. Warte. Was? Du hast mich einfach gehittet? Wie stark ist dieses Schwert? Oh nein, ich fall grad wieder runter, glaub ich. Nee, ich spring einfach nur. Ich check das grad gar nicht mehr. Ey, hast du noch Dings für mich? Wie heißt das? Emerald Blöcke, bitte. Ey, das war mega nice. Jetzt krieg ich dafür jetzt. Ey, was willst du dafür haben? Mein Schwert. Mein Schwert. Was? Mein Dioros Schwert? Ja. Für wie viel Emerald? Sag du. Danke für uns. Äh, zehn Stück. Okay. Komm her. Nice Dioros auf jeden Fall. Ey, du bist ja immer noch da. Was geht? Was geht? So, ich hab Dioros gekauft. Mach ich jetzt auf. Bitte, ich brauch irgendwas Gutes, was mir Herzen gibt. Das wär mega nice. Bitte, 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 bitte. Ey, so wieder hier. Lavafalle. Ich spring mal kurz raus. Leute, ich brauch irgendwas, was mir Herzen gibt. Irgendwas muss doch da sein. Ja, bitte. Hä, wieso bitte? Für dich ist es doch total schlecht, oder? Dann verlierst du doch. Oh, ey. Was geht? Okay, ich krieg einfach keine guten Sachen. Ja, Mann. Jetzt kann ich auch. Ja. Oh mein Gott, jetzt hab ich ein Schwert herbekommen. Lol, wie krass ist dieses Schwert, bitte. Junge, Alter. Ich muss mich unbedingt mal damit schlagen. Warte, wo bist du? Hey, ich check grad nicht, wo bist du hin, Alpha. Was geht? Lol, was ist das für eine Waffe? Übernehmst du? Ja, natürlich übernehme ich das. Guck mal, wie viel Herzen ich hab. Warte, schaffst du das? Ey. Lol, mein Schwert ist kaputt. Schreibe ich nicht überhaupt? Ja, natürlich triffst du mich. Aber ich sterb davon nicht. Junge, ich bin zu stark dafür. Hä? Ey, ja, Mann. Warte mal, wo bist du hin? Warte, komm mal her. Warte, nein, nein, nein. Oh, ich seh dich gar nicht mehr. Komm her, komm her. Lol, ich back grad voll rum. Ich check einfach gar nichts. Vielleicht zieh mal nochmal den Helm an hier. Vielleicht bringt der nochmal was. So. Ey, geh von meinem Bett weg. Junge, du hast mal ein Bett abgebaut. Und ich bin einfach wieder im Godmode-Back, Leute. Ja, jetzt hab ich so p-wär. Ey, doch, natürlich. Ich bin einfach wieder und sterb nicht. Gib dir das einfach. Weg runter. Und geh runter, mach das ab. Ehrlich. Ja, Mann, Alter. Ich gönne mir jetzt mal die Runde richtig. Weil ich hab mir die ganze Zeit nur an dir rausgekommen. Gehst du dich? Ey, als ob. Nein, jetzt meine ich. Ich hab dich gestrackt. Ich geh zur Mitte. Dein Ernst? Wirklich, dein Ernst? Junge, wie schnell bist du einfach? Hä? Als ob du so schnell warst. Ich kann dich nicht mal besiegen. Ja. Ich bin so spitzer, ganz ob einfach. Was soll das? Hey, Junge. Hey, Junge. Hier, Parko, mit Steine holen und zur Mitte gehen. Viel Spaß. Dein Ernst, Junge? Wie schnell warst du einfach gerade bei mir drüben, Mann? Junge, du warst so ultra schnell. Ich hab das... Ey, ich hab gerade erst gekauft. Da warst du schon da. Junge, wie beeilt hast du dich? Ich hab still Future geholt. Und direkt konnte ich fliegen. Und dann warst du auch mit Ende. Junge, du hast richtig reingelackt einfach. Aber übelst, ey. Nein, das war gewollt. Weil wir Future kommt immer frei. So, ich geb jetzt einfach die Mitte. Und? Wie? Ja, ich hol mir die Emeralds aus der Mitte, Mann. Das nicht. Hä, warum nicht? Ip. Hä, was? Du hast doch gesagt, ich soll in die Mitte gehen. Ich auch. Hey, Junge. Die Prozente. Du hast... Hey, du hast mir alle meine Lucky Blöcke geklaut vorhin. Jetzt kaufst du mir doch die Emeralds. Vielleicht, du bist so gemein zu mir heute. Was hab ich dir getan? Äh, nix. Junge, Alter. So, jetzt gehst du rüber. Ich geb jetzt aber endlich wieder Lucky Blöcke. Diesmal aber wirklich zu beaufmachen. So, ich kauf mir welche. Hoffentlich kommt da was Gutes raus mit der Shade und Turt rein. So, jetzt ist ein Shade-Portal. Was? Guck. Wie? Komm. Hey, wo? Hier oben. Hey, was meinst du? Komm. Hä? Was laberst du? Hast du sowas schon mal gesehen? Hä? Nee. Loll. Hä? Das sind einfach nur Shade-Lucky-Blöcke. Du hast mich getrollt. Ja, du kriegst alle wieder zurück hier. Echt jetzt? Bekomme ich sie alle wieder zurück? Ja. Nice, Alter. Hä? Warum bist du so freundlich auf einmal? Weiß nicht. Ich hab mich... ...größe gefühlt. Loll. Gibt es denn auf einmal alle wieder weg? Egal. Wie? Ja, aber... Was? Als ob? Werde ich kaputt machen. Schaffst du safe nicht? Gerade waren voll viele Shade-Blöcke einfach weg bei mir. So ein Xie-Apple-Gön. Ich glaube, ich hab richtig Hunger gerade. Hier. Plural. Hoffentlich... Oh nein. Das sind, glaube ich, Lack-Null-Plurals. Oder so. Ich weiß es nicht. Obwohl, hier kommen richtig OP-Items raus. Die gönne ich mir alle auch. Meine will ich vielleicht einfach besiegen. Loll, was hast du? Sehr gute items. Hä? Was hast du gemacht? Meine Willenscheidung bekommt alles Schaden. Loll. Was hast du gemacht? Nix. Ich brenne die doch auch. Guck. Hä? Als ob. Warte. Komm, es fliegert deine Rüstung. Echt jetzt? Ja. Als ob die so stark ist. Wenn du durchgehst. Komm, zieh mich aus. Hä? Ja, mach ich. Ey! Hey, Junge. Ich bin gestorben. Hä? Mein Bett war weg. Hä? Als ob. Ja, mein Bett war halt einfach weg. Ich habe das gar nicht gewusst. Loll. Lucky Block hat sich bestimmt zerstört. Ja, safe, Alter. Ich habe das ja gar nicht mitbekommen. Aber dann habe ich das so verloren, Mann. Ey, Junge. Du hast es einfach drei Runden gewonnen. Schreibt mal Noob Ente in die Kommentare mit dir. Nein, Mann. Ey. Noob Ente ist heute jetzt Stichwort. Drei Runden hast du einfach gewonnen, Mann. Was bist du für einer, ey. Drei zu null Ente. Viel zu übel, ey. Du hast einfach mein Leben, meine Ehre gerade genommen. Einfach übelst, ey. Ente genommen, Ehre genommen, Schnabel genommen. Was geht? Knopfseite genommen. Jetzt kriegst du noch mal dieses Schwert. Ja. Ich kann schneiden die Ente in zwei Teile. So, komm her. Nein, nein, hör auf. Bitte. Alter. Ja, mob mich doch laut wert. Ey. Nein, 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 nein. Nein. Ey, hör auf, bitte. Mach die Druckplatte nicht weg. Die ist cool. Nein, bitte. Ja, ich hab die Druckplatte noch. Ey. Tschüss. Viel Spaß. Aber Leute, das war's mit dem Video. Warte. Was? Hä? Komm mit. Stürm kurz. Nein. Hä, was machst du? Möchte sehen. Das wäre? Hä? Äh, äh, äh... Ja? 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 Was? Nein, nein! Nein, ich mach da nicht rein! Nein, bitte, nein, einfach! Nein! Geh! Also, das muss ich für ein Video, ciao!